Radio PSA, privater sächsischer Rundfunk. Der Sendestart von Radio PSA erfolgt heute Mittag, 12 Uhr. 1. Juli 1992. Es ist 12 Uhr. Guten Tag, Sachsen. Ich dreh am Radio, doch was muss ich plötzlich hören? PSA, PSA, was ist das denn schon wieder? Radio für Sachsen, wo wir aufgewachsen sind. Stereo, 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 Stereo im Radio. Was ich da höre, das lässt mich hoffen. Was ihr da hört, das lässt es sich nicht entgehen. Mitten in Sachsen für uns PSA. Wo ich bin, was ich tue, nur mit Radio. Mit PSA, mit Radio PSA. PSA, jetzt will er immer mehr. PSA, jetzt will er immer mehr. Radio PSA, Radio PSA. Radio PSA. Mehr, 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 mehr. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Mamma Mia, auch für dich, die Zeit ist live. Für Radio und Sachsen, PSA. Für mich, für dich, PSA. Radio PSA, Radio Zeit, Sachsen-Wahrheit. Radio PSA. Radio PSA. Der Sachsen-Report. Das Wetter in Sachsen. Dresden, wolkenlos, 25 Grad. Leipzig, Heiter, 25 Grad. Radio PSA. Sachsen sendet selbst. Radio PSA. Sachsen. Sie hören Radio PSA. Radio PSA. Radio PSA. Radio PSA. Radio PSA.